ich bin jetzt entschuldigt meine stimme dabei diese log zu digitalisieren und der hammer wie ihr sehen könnt auf einer platine ein rotes lämpchen ein weißes lämpchen das weiße lämpchen ist ein birnchen das werden wir auswechseln in eine led leider habe ich jetzt nur die riesen dinge da und wir müssen auch diesen widerstand auswechseln gegen einen ich nehme jetzt einen 5,1 k widerstand weil ich keinen 4 7 habe ja dann müssen wir schauen dass man eben den decoder anschließen den mx 600 von zimo wobei ich habe da jetzt vorne und hinten das gleiche muss zuerst einmal das machen und dann wenn man mit den anschließend beginnen ja so jetzt ist eigentlich alles von der hinsicht fertig was wir jetzt noch tun müssten werden dritte anlöten genau ich habe jetzt eben die drei dritte in dem fall weiß rot schwarz einmal eben an die platine an gelötet an die stellen wo sie hingehört ja das machen wir jetzt dann noch mit der zweiten platine da müssen wir eben auch das lampen entfernen den widerstand entfernen einen neuen widerstand rein geben da auch die verbindung kappen dann kommen wieder die drei kabeln angeschlossen ja und wenn wir das haben dann können wir dann anfangen den decoder eben zu montieren und dann können wir schauen ob das mit der lämpchen funktioniert oder ob man da noch einmal was um ändern müssen also schaut es jetzt einmal recht gut aus jetzt kommt es zum löten an richtigen stellen ich habe die decoder dritte auch schon alle verzinkt und muss jetzt einmal ich fange einmal mit den roten an der auf den schleifer gehen soll der schleifer ist da da ist der anschluss schleifer das heißt wir werden jetzt da da mal einen ein tropfen drauf geben da aber zuerst bevor ich das tun weil ich das da mal ein bisschen putzen und jetzt mit dem da weil ich sehe das ist auch verdreckt wenn ich schon dabei bin hätte man den schleifer da einmal putzen das ist ja eine sehr alte lok wieder von kleinbahn und zwar eben die diesellok 206704 von der öpp und wie gesagt die ist eine alte lok die habe ich über will haben ja gekauft ich glaube es gibt ein video auf der auf mein kanal wo ich sie euch schon einmal vorgestellt habe ich werde es auch verlinken wo sie eben noch auf der kleinbahn gefahren ist da kommt einmal schauen wie der kontakt da ist da kommt einmal schauen wie der kontakt da ist passt den müssen wir da auch ein bisschen da drauf geben weil der ist da runter gegangen so passt passt da kann gut ein schöner ein dreck zusammen so jetzt müssen wir die natürlich nach unten wieder drücken so passt die stelle wo der löttropfen drauf kommt den werden wir auch putzen noch einmal so gut dann machen wir mal den löttropfen da drauf dann machen wir mal so passt dann haben wir gut wie gesagt da kommt jetzt der rote Draht so also wir beginnen den roten an den schleifer mit den roten an den schleifer löcke zum hammer wir werden da ein bisschen abzwicken dann nehmen wir das da passt gut der ist drauf so schwarz geht zum hammer die Masse die ist da da haben wir einen alten tropfen drauf den werden wir uns da versuchen einmal weg zu bekommen das alte ziehen da jawohl schön weg bekommen dann machen wir da einen schönen frischen tropfen drauf so da ist ein schöner frischen tropfen drauf und da kommt jetzt das schwarze Kabel vom decoder müssen wir uns natürlich auch ein bisschen was abzwicken das ist auch viel zu lang schließen wir mal den schwarzen Arm passt und da gehen wir noch ein bisschen mehr so passt ja jetzt haben wir rot und schwarz haben wir da werden wir aber auch wieder mal das alte ziehen entfernen wenn wir auch schon dabei sind das fasziniert mir das Gerät da ich habe eigentlich gedacht ich werde das Gerät nicht verwenden weil ich das auch nicht kann aber jetzt auch verwende ich es und ich bin echt fasziniert davon das immer schön das runter holt so also Leute was ich auch jetzt sehr stolz bin mit den Tipps die ich mir so eingeholt habe ist meine Lötspitze immer schön verziehen und bereitet mir kein Problem mehr so super das haben wir auch unten gut jetzt schaue ich gerade einmal jetzt werde ich das einmal vorsichtig naja das passt schon ich habe mich Angst dass das korridiert ist und dass das bricht ich habe mich nicht korridiert ich habe mich nicht korridiert ok wir machen da tun wir mal einen Tropfen drauf einmal so dann machen wir da einmal einen Tropfen drauf da kann ich mir das heiß machen so da ist ein schöner Tropfen drauf und da ist ein schöner Tropfen drauf da ist ein schöner Tropfen drauf da machen wir ein bisschen zurbe so passt gut also rechts kommt das blaue das kürzen wir jetzt wieder ein bisschen passt dann dann müssen wir ja da noch einen Kondensator einen Keramikkondensator drauf geben so da la na wisst du was ich mache zuerst noch den grauen der graue soll nach auf links da ist der graue so nur so viel Kabeln ich kann schon schauen dass du nicht durcheinander kommst so der kommt jetzt links rauf so dann gebe ich da aber noch ein bisschen Tropfen drauf bei der linken Seite da ist meiner Meinung nach zu wenig drauf so jetzt passt das ja so blöd so wie ich will so passt und jetzt müssen wir da noch diesen Kondensator drauf tun die Länge müssen passen da machen wir es verkürzen so 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 passt passt ne so passt ne so Passt, die Kabel halten, der Kondensator hält. Jetzt kommen wir zu den Lichtschaltungen. Damit ihr das jetzt auch seht, ich habe, weil ich jetzt doch die roten LEDs ausgetauscht habe, alle Kabeln gekürzt. Also ihr seht, nach vorne geht der gelbe und der braune. Der gelbe ist für das weiße Licht, der braune ist eben für das rote Licht. Blau ist für den Strom. Hinten ist halt orange, weiß und blau. Ja, und wir haben eben da die Verbindung zur Masse mit schwarz. Da die Verbindung zum Schleifer mit dem roten Kabel. Das blaue Kabel habe ich eben mit diesen zwei blauen zusammen getan, damit die Lichter eben den Strom bekommen. Was ich eben jetzt da beim neuem Aufmachen und das Auswechseln der roten Birnchen gemacht habe, ist eben, dass ich die ganzen Kabel gekürzt habe, dass ich nichts an Kauderwäsch habe. Jetzt brauche ich nicht so viel Platz für die Kabeln. Das wird sich jetzt dann schön ausgehen. Jetzt ist es dann wirklich ganz aufgeräumt, wie ihr seht. Vorne eben die Lampen recht gut auch mit Heißküfer fixiert. Diese Platine auch hinten. Den Motor habe ich nach unten geklebt, weil er eben nicht mehr gut haltet und dann heraus springt und dann eben der Antrieb nicht wirklich funktioniert. Den Decoder auch noch schön angeklebt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch die Kabeln mit dem Kabelbinder so zusammen getan, dass sie auch eben nicht mit dem Motor in Verbindung kommen, weil das wäre dann auch blöd. So, ich weiß nicht, ob ich das Zahnrad da mal auswechseln muss, aber jetzt schauen wir mal, ob sie jetzt, nachdem wir das gemacht haben, fährt. Ja, sie fährt, sie leuchtet, wie ihr sehen könnt. Und sie fährt, wie ihr fahrt, sehen könnt. Wenn sie das Licht einschalten, das rote Licht sieht man jetzt auch sehr schön mit den neuen Lampen. Passt. Taugt mir. So passt's und so werden wir sie lassen. Bis zum nächsten Mal.